Tiere nehmen die Natur in einer Weise wahr, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Ihr erstaunliches Wissen kann unser Verständnis von der Umwelt verändern und uns Hoffnung für die Zukunft unseres Planeten geben. Die Gaia-Initiative will gemeinsam mit den Tieren eine Allianz für Forschung und Naturschutz bilden, indem sie eine Hightech-Schnittstelle zu ihrem Wissen über die Umwelt schafft. Dafür entwickelt Gaia eine neue Generation von Tiersendern mit künstlicher Intelligenz und Satellitenkommunikation. Diese Sender erkennen und übermitteln Verhalten von Tieren in Echtzeit und identifizieren Bedrohungen für deren Lebensraum und ganze Ökosysteme, Krankheitsausbrüche, Mensch-Wildtier-Konflikte und Wilderei. Die gewonnenen Informationen werden per Satellit von jedem Ort der Welt und ohne Zeitverzug an Wissenschaftler und Ranger übermittelt, sodass sie schnell und wirksam reagieren können. Gaia verschiebt die Grenzen des Möglichen in der Umweltbeobachtung und im Naturschutz, gemeinsam mit Tieren und künstlicher Intelligenz, um die Artenvielfalt weltweit zu schützen und für kommende Generationen zu sichern. Wenn er auf dem Film nach der Welt ist, dann muss ich mich auf die Grenzen des Möglichen in der Welt beventet, dann muss ich mich auf die Grenzen des Möglichen in der Welt beventet und dann muss ich mich auf die Grenzen des Möglichen ins Buchstaben und eine andere Seite zu erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020